Corona und die Wirtschaft in Italien Nirgendwo in Europa hat sich das Coronavirus so früh und so schnell ausgebreitet wie in Italien. Das Land meldet mehr als 230.000 Corona-Fälle und auch die Wirtschaft Italiens ist schwer vom Virus gezeichnet. Inzwischen hat aber auch Italien Corona-Beschränkungen wieder gelockert und auch die Grenzen sind wieder offen. Was das für Wirtschaft und Unternehmen in Italien bedeutet, darüber sprechen wir heute mit Jörg Buck, dem Leiter der Deutsch-Italienischen Handelskammer, in unserem Podcast Corona und die Wirtschaft in Italien. Hallo Herr Buck. Hallo, buongiorno aus Milano. Herr Buck, was ist Ihr Eindruck? Hat Italien die Schockstarre des Lockdowns schon überwunden? Wir müssen bedenken, dass Italien aktuell wahrscheinlich aus einem der längsten und härtesten Lockdowns innerhalb Europas kommt. Notstand. Notstand wurde Ende Januar ausgerufen. Lockdown im März, Total Lockdown, dann Mitte, Ende März über zwei, fast drei Wochen. Das heißt, diese Schockstarre hält sicherlich noch an. Aber ein wichtiger Tag ist heute. Die Freiheiten sind wieder hergestellt, sich im Land zu bewegen. Die Freiheiten sind wieder hergestellt, frei zu reisen. Das nicht nur für Italiener in Italien, sondern halt eben auch für Gäste und für diejenigen, die Geschäfte machen wollen. Das ist, glaube ich, wichtig zu berücksichtigen. Insofern wird das ein Faktor sein, den man weiter beobachten muss und der sicherlich hilft, sozusagen aus dieser Schockstarre sich wieder rauszubewegen. Jetzt sollen ja auch die Grenzen wieder geöffnet werden. Italien ist ja auch eine vernetzte Volkswirtschaft. Eröffnen sich da auch nochmal neue Perspektiven für die Unternehmen? Für die Unternehmen ist das eine wichtige Perspektive. Also wir haben als AHK auch sozusagen in der Zeit des Lockdowns permanent drum gerungen, für die KMUs, für die Unternehmen halt auch ihre Services in dieser Zeit aufrechterhalten zu können. Es ist vor allen Dingen aber auch ein wichtiges Signal für den wichtigen Sektor des Tourismus, der natürlich stark beeinträchtigt ist. Ich berichte aus Mailand, das ist eine internationale Messestadt, eine Eventstadt, eine Fashionstadt, also eine Stadt, wo man sich trifft, wo man netzwerkt. Das war alles nicht möglich. Öffentliches Leben war stark oder komplett eingeschränkt. Das hat sich erst in den letzten Tagen und Wochen leicht wieder geöffnet. Und mit dieser Normalität muss natürlich insbesondere der Sektor Tourismus, Event, Marketing, aber halt eben auch die vielen Restaurants und Bars eben mit Leben und Neuleben. Also es ist eine neue Organisation auf Abstand. Gerade der wirtschaftliche Norden des Landes ist ja besonders schwer von der Corona-Krise betroffen gewesen. In Italien gibt es ja ohnehin ein starkes Gefälle auch in der Wirtschaft zwischen Süd und Nord. Wie ist denn jetzt konkret die Lage bei den Unternehmen vor Ort? Wird wieder produziert? Laufen die Lieferketten wieder? Es wird wieder produziert. Die Lieferketten stehen. Viele der Lieferketten haben auch gestanden in der Zeit des Lockdowns. Auch dafür konnten wir sorgen mit unseren Partnern. Jetzt ist natürlich wichtig, dass der Markt und die Märkte wieder anspringen. Italien ist auch wie Deutschland eine eng vernetzte Volkswirtschaft, internationalisiert, stark exportorientiert. Das Hauptgeschäft, auch wie bei Deutschland, läuft innerhalb Europas. Insofern ist es wichtig, dass auf der einen Seite die Lieferketten stehen und sich nun wieder einspielen. Auf der anderen Seite wird es nun wichtig sein, insbesondere bei den Aufbauprogrammen für eine entsprechende Nachfrage aus dem Markt zu sorgen. Italien hat ja sehr hohe Staatsschulden und die Corona-Krise hat die Wettbewerbsfähigkeit des Landes sicher nicht verbessert. Welche Perspektiven sehen Sie denn jetzt für die Wirtschaft und die Unternehmen des Landes? Die Wettbewerbsfähigkeit ist ein wichtiger Faktor. Ein Indikator, den ich unterstreichen will, ist, dass die Wettbewerbsfähigkeit insofern gegeben ist, dass wir halt über die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt sozusagen das Handelsdefizit Italien zu Deutschland hat abbauen können. Das heißt, italienische Lieferanten haben eben an Bedeutung zum einen als Handelspartner eben gewonnen, aber halt eben auch zulegen können beim Export Richtung Deutschland. Das spricht sicherlich für die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere des Mittelstandes, des starken Mittelstandes, insbesondere hier oben in Norditalien. Aber es ist richtig, dass wir uns natürlich auch anschauen müssen, dass insgesamt sozusagen das Thema Produktivität nicht hat weiterentwickelt werden können. Ich glaube, es ist wichtig, jetzt diese Hilfsmittel, die Fonds zum Wiederaufbau zu binden an Zukunftsthemen, an neue Themen, an Themen wie Innovation, wie richtet sich ein Sektor neu aus. Unsere Wertschöpfungsketten zwischen Deutschland und Italien sind sehr eng vernetzt. Das trifft insbesondere den Automotive-Sektor, aber auch Sektoren wie Chemie, wie Pharma und Maschinenbau. Und ich glaube, es ist wichtig, hier die entsprechenden Industrie-Policies beider Länder, beider Industriekolosse innerhalb Europas zu synchronisieren und eben die Unterstützung, die man den Unternehmen gibt, daran zu koppeln, wie innovativ sich ein Unternehmen in Zukunft aufstellen will. Also ich glaube, es ist beides wichtig. Es ist wichtig, konkrete Hilfe, Liquidität wurde hinreichend gesichert über die letzten Wochen. Es ist wichtig, dass das nun bei den Unternehmen ankommt. Und jetzt im Blick nach vorne ist es wichtig, dass wir uns den neuen Themen, insbesondere wie sie sich auch aus dem Green Deal der Europäischen Kommission formulieren, dass wir uns diesen Themen mit den Unternehmen widmen. Was sind da Ihre konkreten Wünsche, was zum Beispiel jetzt diese Zukunftsinvestitionen angeht? Konkrete Wünsche sind, was gut gelaufen ist und wo wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, war die Synchronisierung der Politik Deutschlands Plattform Industrie 4.0 mit der Italienischen Industrie. Hier nannte sich das Piano 4.0, also Plan 4.0, dass diese beiden industriepolitischen Ansätze eng synchronisiert und abgestimmt waren. Das war auch notwendig, weil der Austausch unserer beiden Länder sich insbesondere industriell charakterisiert. Das heißt, beide wachsen miteinander. Die Entwicklung Deutschlands wird eng verfolgt von der italienischen Wirtschaft und umgekehrt. Insofern ist es wichtig, glaube ich, diese neueren Ansätze gemeinsam zu synchronisieren. Ich kann mir doch vorstellen, gemeinschaftliche Forschungsvorhaben. Ich kann mir vorstellen, dass halt eben auch beim Wiederaufbau, immer auf europäischem Niveau, aber insbesondere zwischen unseren beiden Ländern, dort entsprechende Incentives abgestimmt werden und konzertiert werden idealerweise. Also ein gemeinschaftliches Framework, also gemeinschaftliche Rahmenbedingungen definiert werden. Und nicht zuletzt geht es auch um Infrastrukturmaßnahmen, weil ich glaube, was es gezeigt hat, diese Krise ist, dass doch unsere Lieferketten sehr eng verknüpft sind innerhalb Europas. Und diese müssen auch in Zukunft funktionieren. Das Funktionieren dieser Lieferketten muss auch in Zukunft mehr gewährleistet sein. Und dafür sind Investitionen in Infrastruktur notwendig. Das zu konzertieren, insbesondere auch zwischen Deutschland und Italien, ist wichtig. Vielleicht noch eine kurze Perspektive oder vielleicht noch einen kurzen Ausblick zum Ende. Sie sind ja sehr nah dran an den Unternehmen, Herr Buck. Wann würden Sie sagen, wann ist die Corona-Krise jetzt in Italien vorbei? Das ist eine interessante Frage zum Abschluss. Also wir haben das befragt, die Unternehmen, natürlich wollten wir das auch wissen im März. Und das ist wirklich kurios, als alles anfing, wenn man das so einfach sagen darf. Und da waren die Unternehmen sehr optimistisch. Da hatten wir Antworten, in drei Monaten haben wir das wieder im Griff. Das Szenario hat sich komplett gewechselt, schon innerhalb eines Monats. Bei einer Befragung im April war das Szenario so, dass wir sicherlich ein halbes Jahr, wenn nicht ein Jahr, benötigen, um uns sozusagen wieder komplett geschüttelt zu haben. Also um auf die Niveaus zu kommen, auf denen wir uns vorher bewegt haben. Ich denke mal, das ist ein realistischer Ausblick, dass wir uns schon recht mit Hoffnung beschwängern. Das heißt, das ist ein Ausblick, der eher auf ein U hindeutet, was die wirtschaftliche Erholung anbelangt. Wie andere Länder, wie Deutschland, rechnen wir hier mit einem Minus im Bruttoinlandsprodukt, im BIP, von minus 9, teilweise bis minus 10 Prozent. Allerdings gibt es auch interessante Prognosen für das nächste Jahr, dass das Wachstum dann auch wieder anspringen kann auf 3,5, 4 Prozent. Aber ich denke mal, der Recovery in dieser Zeit wird es wichtig sein, erst mal insbesondere kleinere Unternehmen zu retten. Im Moment geht es darum, durch dieses Jahr durchzukommen. Es geht auch darum, Gesellschaft zu stabilisieren, hier aus Italien berichtend, weil natürlich die Gesellschaft auch hart getroffen wurde. Die Arbeitslosenquote steigt natürlich wieder an, obwohl es entsprechende Programme gibt, sozusagen seine Mitarbeiter auch durch diese Zeit zu bringen. Aber es ist natürlich auch ein Land, wo eine hohe Jugendarbeitslosigkeit schon vor der Krise vorherrschte. Wir müssen dieser neuen Generation, die jetzt aus den Schulen kommt, die jetzt aus den Universitäten kommt, natürlich relativ schnell eine Perspektive bieten können. Insofern, das wird eine gesellschaftliche Aufgabe werden, kleinere Unternehmen zu retten, eine Perspektive aufzubauen, insbesondere für junge Unternehmer auch und für junge Arbeitnehmer, die auf den Arbeitsmarkt kommen. Und dann bin ich oder will zuversichtlich sein, dass wir im nächsten Jahr dann hoffentlich aus dem U rauskommen. Sagt Jörg Buck, der Leiter der Deutsch-Italienischen Handelskammer. Vielen Dank, Herr Buck, für das Gespräch. Keine Ursache und beste Grüße aus Italien. Keine Ursache und beste Grüße aus Italienischen Handelskammer. Keine Ursache und beste Grüße aus Italienischen Handelskammer. Keine Ursache und beste Grüße aus Italienischen Handelskammer. Keine Ursache und beste Grüße aus Italienischen Handelskammer.